Kein guter Start in die Saison für Stefan Mross. Letzte Woche war der Saisonauftakt von Immerwiedersonntags und in ZDF Fernsehgarten. Leider hat Stefan das Quotenduell gegen Andrea Kiewel verloren und generell schalteten nicht so viele ein wie in den letzten Jahren. Liegt es vielleicht daran, dass Stefan in letzter Zeit so viele negative Schlagzeilen gemacht hat? Nichtsdestotrotz hat Stefan eine treue Fangemeinde, die seine Sendung weiterhin gerne anschaut. Immerhin ist er ein guter Moderator und Gastgeber. In der zweiten Immerwiedersonntags-Sendung hat er tolle Gäste dabei, wie zum Beispiel das Duo Fantasy, das mit dem Album Mitten im Feuer die Schatz auf die Eins erobert hat. Dann haben wir noch die Band Vox Club, Francine Jordi, Anna-Maria Zimmermann, die nach ihrer OP wieder komplett genesen ist, die Schwester von Ben Zucker, Sarah Zucker, Mitch Keller, Claudia Jung, Mark Keller, Team Peters, Michael Holm, der mit 80 sein Comeback feiern möchte und die Dorfrocker. Es sind einige coole Gäste dabei. Schreibt uns in den Kommentaren, ob ihr einschalten werdet. Schreibt uns in den Kommentaren, ob ihr einschalten werdet. Schreibt uns in den Kommentaren, ob ihr einschalten werdet. Schreibt uns in den Kommentaren, ob ihr einschalten werdet.